Hi Leute, wir sinds wieder bei Portal 2, Kapitel 4, Level 7. Sehr einfach bis jetzt, aber vielleicht kommt hier noch was schwierigeres. Stirbst du da? Ach du Springschirm, ja. Was passiert da? Ah, das Ding über dir. Das sind scheiße. Ach, das habe ich so richtig. Das kann ich halt machen. Mhm. Ja, und du musstest jetzt irgendwie weiterleiten. Nein, nein, passt schon. Da ist ein Schalter. Mhm. Da ist jetzt das Ding aufkommen. Ich kann hier halt nicht weg, weil bei mir ist so ein blöder Wasservorhang. Ja, ja. Vielleicht brauchen wir dich auch gar nicht mehr. Was? Komm mal raus. Dann ist das Teil weg. Wir brauchen ja nicht mehr. Ich hab einfach mal. Nicht da oben. Gut. Und ich muss jetzt sterben. Ja. Ich hab bald keine Chance hier runter zu kommen. Ich. Ich. Ja, aber das Problem ist, also du kannst mir irgendwie ein Portal machen. Nein. Hier oben als nichts. Jetzt wirklich gar nichts. Wir brauchen dann... Ja, was haben wir hier? Ein Würfel. Ich kann dir das machen. Warte mal. Chill. Das kann ich dir machen. Also mach ich es einfach da hin. Ja. Wird so gut. cool. Das reicht mir. Zu Beginn befürchtete ich euch eine zu große Nähe für euch. Doch in meinem Versuchen euch zu entspannen, mernte ich etwas über Vertrauen und Verraten. Easy. Easy. Hm. So kann ich euch vollstens vertrauen. Aha. Ja. 늘 Oh, 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 oh